Wie hieß es in der Bibel und die Toten wandeln auf der Erde oder steigen aus ihrem Verhandel? Meint ihr, dass hier das jüngste Gericht oder wie? Vielleicht der Anfang. Nee, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, aber wir haben Verletzungen. Ganz ruhig, siehste, das meine ich. Nur weil es ein bisschen schreit, ist jetzt einfach weiter gehen, Ausdauer schonen und Sicherungsbereich einhalten. Keine Panik auf der Titanic. Wir sind jetzt hier 20, 30 Mann. Zombie, Zombie, oder? Nee. Und? Keine Ahnung, Zombie. Konox. Konox. Wenn da ein bisschen rumgeschrien wird, wir haben hier dicke Waffen mit. Guck mal, guck mal, geh doch, geh doch. Du verpaust Ausdauer, wenn du in der ganzen Zeit rumtrabst. Mach ich nicht, ich hab ne TAR, die TAR ist leicht. Ist egal, irgendwann kommt es auf die letzten 20 Meter an zum Sprinten. Einfach ganz normal gehen, Kommation beibehalten, Sicherungsrichtung. Pyro, wieder ein bisschen aufrücken, hör zurück. Ja, Wolfi wird uns erwarten, dann lass es. Was geht jetzt mit, noch ein bisschen langsamer. Zombies links, halte ich vier Stück. Zombies links. Und Haupt-Elefantengewerke. Und dann komm, links von uns. Die Abschlüsse richtig. Check. Wir haben uns gesehen, kurz aufholen, kurz aufholen, auf die andere Gruppe und dann für Arzten. Okay, der sie verarzten muss, ganz vorne und dann verarzten, logischerweise. Ja, ja, ich mach wieder. Okay, vorne halt, Devil Dogs machen, sammeln bei der Kreuzung. Linke Seite, im Wald nähert sich. Zombie. Linke Seite. Ja, am roten Turm jetzt. Sicherung auf der rechten Seite. Links. Links. Ich glaube, irgendwie alles doppelt. Zwei Sekunden ist der Zombie von 15 Minuten entfernt. Gut. Recht vom Gewehr. Gut, Einsatzbereit. Sind alle bereit? Wir sind bereit, dann langsam. Das war jetzt meine letzte Bandale. Langsam weiter Marsch, verstanden. Ich hab nur noch eine. Hatten wir noch zwei? Gut, MJ. Geht dir nicht. Eieiei. Du bist gesotisch. Gar nichts. Das ist nicht menschlich. Äh, ich glaube, Volker hat fast gesehen. Wenn dieses Viech uns angreift, dann kann ich meinen, dass der Mensch schon mal verfließen. Okay, kannst du zuhören, mein Name. Ich bin gut. Wir hören zu uns. Was war das? Das ist... Das war cool. Das hat sich eher wie... Boah, Alter, ich schreck mich doch nicht so. Willst du eine Kugel haben oder was? Ey, warum hast du ein 80 Gerät? Links war der Badelein mit 80 Gerät. Scheiße. Jetzt war aber... Äh... Äh... CT AG war das. Soll er auch reden, wenn er da steht? Der war... Okay, wie gesagt, wir kämpfen... Wir kämpfen alles, was sich uns annähert. Auf 20 Meter. Anschluss zur Truppe. Nein, das war CT AG. Ist gut, wir bleiben an der Gruppe. Ist aber nicht von uns. Müssen wir abschließen. Nichts da. Wir hatten hier die Übung mit Verbündeten. Hier ist keine Feinklage. Keiner von uns... Keiner von uns hat ein 80 Gerät. Warte mal, sollen wir den jetzt... Gut, wir wissen aber nicht, wer sonst noch alles von den Soldaten auf der Übung dabei war. Wir bleiben an der Gruppe. Hauptführer, Marsch, Marsch. Äh, ich höre Zombies. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Da sind welche. 100 Meter entfernt. Check. Da kommen Zombies hinter uns. Ja. Zombies hinter uns. Deswegen bleibt jetzt näher an der Gruppe. Wir sind ganz viele. Hilfe. Aufschließen. Okay, zurück, zurück. Felix. Aufschließen kommt. Rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen. Achtung, das sind viele. Achtung. Feuerlinie, Feuerlinie. Okay, sehr gut gelöst. Deswegen bleiben wir jetzt an der Krüppel. Renn nicht vor. Wer ist das, verdammt nochmal? Komm ran jetzt. Noch einer, noch einer. Achtung, nicht aus zweiter Reihe schießen. Niemals aus zweiter Reihe. Ja, aber... Hab das jetzt gerafft. Kommt ran. Kommt ran, verdammt nochmal. Püro. Eieieie, das war gerade ein bisschen zu knapp. Sind die die ganze Zeit am Arsch? Nein, niemand wartet auf dich. Du hast dran zu bleiben. Das sind immer noch Zombies, das sind immer noch Zombies. Weiß. Gut, frei, vielleicht ist wieder nice. So, Leute. Und wir gehen weiter, alles cool. Es sind wieder die Briten. Ich wusste, ich wusste. Ja, Insel, auf der Insel. Ja, kommt einer. Bitte. Bekämpfung. Bitte. Ich bin hier. Ab, weiter. Wer sollen wir jetzt? Danksam, oder? So, dass du nicht zurückfällst. Nee. Ich hab gleich keine Money mehr. Was hast du für Money? Ich hab für die Primärwaffe. Ja, warte. Ich hab für die. 556. Bleib stehen, bleib stehen. Sonsten bei der Vordergruppe mal rumfragen. Nee, ich hab noch Blut für die. Jack, 150 Meter dahinten. Rechts, oder was? 150 Meter sind wir da. Nee, laut Straßen. Achso, Entfernung an den 50 Meter. Okay, das sind, das sind Einschläge. Das sind keine Artillerie oder sowas. Aber das sind Einschläge. Hey, wer bist du? Ausweisen. Ich hab hier einen, wartet mal. Der ist weg. Wir müssen den ausschalten, der war schon eben da. Leute, lasst ihn da. Bei der Gruppe bleiben. Ja, hat sich keinem weg teleportiert. Sollen wir ihn ausschalten, wenn wir ihn nochmal sehen. Nee, lasst ihn. Es war schon wieder einer von den Frieden. Der hat auf uns gezielt, der Typ. Okay, check, wer ist nix zu mir. Da, Gern, J. Ach, vorne rechts. Rechts zu mir. Verdammt den Frieden, wenn ich mich betätigt, oder sowas. Boi, ich bin jetzt für mich. Oh, mein Gott. Vielleicht waren die ja schon vor uns auf der Insel, wurden infiziert. Wenn ich den Typen nochmal sehe, der hat halt ein... Die schießen auch noch bis nächste Mal. Wer jetzt von mir wegteleportiert ist, ist das für mich korrekt. Wenn der auch die Uhr auf mich zielt, dann ist er infiziert. Hier ist ein Elefantengewehr. Linke Seite. Ja, Zombies voraus. Konzentration von Zombies, links. Probe Zombies. Jungs. Man hat Angst, hier sind die Schuss. Konzentration, Männer. Scheiß weg, Licht weg von der Anomalie. Wir haben Zombies links und rechts. Voll, ich bleibe jetzt bei uns. Ohne Spaß. Ich hab's doch gesagt mit dem Tor. Ich bin aus dem Portal wieder rausgekommen. Stimmt, er kam wieder raus. Und was war da drin? Was ist das? Was ist das? Ich glaub nicht. Mach fast rein. Okay, also willkommen nicht in der Anomalie. Aber geht da nicht drauf? Gut. Ist das unterirdisch, oder? Wir haben Fotos. Was brauchen wir noch? Mehr können wir nicht machen. Fotos machen, wenn ihr echt bist drauf aus. Festen, die Temperatur, die Rotprobe. Was ist das? Achtung, hier hinten steht man nicht kurz, muss man kurz ablösen. Ja, ich bin dran. Ich höre die ganze Zeit so ein Mist. Ach so, jetzt geht's. Ja, es sind ein paar ins Portal. Ein paar? Hallo! Wer bist du? Ach, ich bin kurz drüber. Ja, wir lassen das nicht kurz setzen, die beruhigen sich auch wieder. Das Portal wird gleich uninteressant werden. Da kommst du schon. Felix? Ja. Was ist das hier? Was meinst du? Da hinten ist ein Lagerfeuer. Es gibt vollen Kopf. Fakt schon wieder! Irgendwann ist er jetzt an mit Psst. Ja. Hörst du das? Zombie! Ich hab's auch gehört, aber ich dachte, wir hätten uns getäuscht. Schreibe, das ist ein Kreis. Was ist denn? Komm schon. Okay, also Soldier, was ist dein Vorschlag? Sehr gut. Leute, was wolltet ihr vorschlagen? Noch einer! Noch mehr Zombies. Oho! Sehr gut! Rein! Maxus! Ja! Wir sehen hier wieder die Front, wenn's weggehen! Ja! Und was hat's mit den Stippen? Und das Lagerfeuer sollte man nicht weiter untersuchen? Ich hab's ausgemacht. Okay. Gut Männer, wir müssen uns entscheiden, was wir machen wollen. Wir müssen jetzt... Ja, genau! Dann ist also zusammengefasst das nächste Ziel jetzt die Insel zu verlassen. Wir haben die Anomalie untersucht. Und jetzt wollen wir die Insel verlassen. Ja! Korrekt, das ist bei mir auch der Fall. Und falls der Hafen nicht genug Boote beherbergt, kann man weiter nach Süden an die Spitze, der West Point ist es, die südwestlichste Spitze, dort gibt's nochmal einen Hafen. Ja, warte, 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 warte. Wollen wir nicht über den Berg gehen? Ja, der Berg ist besser. Wir sollten Südwest direkt zum Geocache und dann zum Hafen. Ja genau, genau so. Genau das, was da gerade angezeigt wurde. Ja, oder hier ist ja auch noch ein Haber und da ist noch ein Haber. Also gut Männer, wer... Master Jay, hast du deine Gruppe zusammen? Soldier, bleibst du auch bei uns? Ich geh über den Berg auf jeden Fall. Ja genau, entsprechend dem Plan. Wo ist die Crash-Side? Hier, jetzt macht ihr den gleichen Scheiß schon wieder. Kommt ran an die große Gruppe, damit wir eine Feuerlinie haben. Kommt ran. Noch einer. Noch einer. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaaah. Ich geh jetzt links... alle... ...zue Crash-Side. Wen hat's erwischt? Danksdorf. Danksdorf. Danksdorf geht weiter erst mal mit. Devildox, wo seid ihr? Hier, grünes Knicklicht. Jungs, ihr solltet euch angucken, ihr solltet euch echt angucken. Wenn ein Zombie kommt. Er steht in eurem Rücken, keine fünf Meter hinter denen die looten. Mann, das ist so unglaublich. Leute, wir fertig gelootet sind. Fertig. Wir holen dann zwei, drei Meter Schlitten. Ja, ich weg. Ich hab, ich hab's da. Danke. Rechts. Luten abbrechen, Luten abbrechen. Ich mach nicht, warte. Am Flugzeug. Direkt, drücken, drücken. Ich muss mich bandagieren. Ich brauch unbedingt für bandagieren. Ich brauch nur die andere Waffe, ich hab vielleicht keine Munition gehabt. Dann ist da eine Kiste in der Waffe. Sicherung hat Priorität und dann bandagieren. Hier looten wir ja schon wieder. Ja, ich brauch Munition. Ich brauch's ganz dringend. Leute! Wir gehen doch nicht weg, jeder kommt doch zum Zug. Wir sind hier in einer echt ziemlich beschissenen Lage. Wir haben hier ein bisschen um das Flugzeug herum, da können die Zauber sich gut durchschleichen. Hat noch mehr eine Bandage? Zombies, Reads. Guck mal, wir sind nichts. Ja. Nein. 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 Ich hab's noch mehr. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh, jetzt geht's mir ganz schlecht. Jetzt geht's mir ganz schlecht. Schläger mit dir. Schläger mit dir. Du musst hier weg. Du musst verbunden werden. Ich komm mit. Vielleicht musst du nicht zum Aschlechtung. Ich bin der fischtig zuerst dann das Fenster war ruhig. Warte, die G letztens. Oh, Okay. Warte, die Gugen. Okay, Goose wesst, 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 wckt, wersst Wenn dzięki. Wir müssen werte nur auf den Weg. In wen morgen niemandem sind. fürs und zwei Monday, bisuito gibt es den Weg. unforher und leute. Du hast den Ukrain. … Und Zeug die WÜBE weCl. ich brauch mal wieder eine bandage so kommt jetzt dran kommt dran ich brauch dringende bandage ich kann nicht mehr schnell das war meine ne, wenn du jetzt sterb und du lebst, kriegst du kotzen und vom laufschritt zu den anderen jetzt das hat schon wieder getroffen aber ich glaube das halte ich durch das halte ich durch hat wer noch eine bandage für mich? per braucht noch welche ich glaube wenn ihr nur so ein bisschen angeklagt seid, dann braucht ihr noch nicht direkt ich gucke erstmal wichtiger, kommt jetzt bewegen, 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 bewegen wir müssen ans wasser schnell hinten ist und sobald ihr am wasser seid, sichert zurück, damit ihr die jungs retten könnt, die dann verfolgt werden die schießen lieber stattdessen ja ja, das ist ihr problem ok jetzt umdrehen und feuerlinie ok rein hier feuerlinie ja weg, lauf durch, durch, durch wow du scheiße fach 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 kommt ja die schieß 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 und ja, runter ins wasser und jetzt nach links weg wir müssen jetzt auch nach, genau nach links weg, wir sind nicht umweit von dem äh markierten Hafen Wir haben Pronox, der vielleicht macht, natürlich. Ja, oh, das sind viele, das sind viele. Die vorderen Männer müssen sichern, die vorderen. Die anderen zurück. Hier, jetzt hier. Die Feuerzucht, Feuerzucht sind hier. Und die anderen wieder, die anderen, die anderen. Gut, bewegt eure Ärsche da vorne, bewegt eure Ärsche. Da sind nochmal welche, 6 Uhr, neue Zombies, neu aufstellen, neu aufstellen. Gut, kurz sammeln, jeder versorgt sein Wehwehchen, nachladen. Ich brauche einen da. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Brauchst du jemanden mal da? Hast du noch normal laufen? Okay, ist da. Auch er ist da. Ja. Okay, erste Feuer, die ersten feuern. Und die, bewegen, 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 bewegen. Und los. Vor den Büschen, vor den Büschen. Ja, alle rechts. Ganz rechts noch. Vorraus! 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 Achim, wir müssen raus, die müssen weg von uns. Zweike machen! Der hat auf mich geschossen, Mann. Das wirst du nicht rausführen. Der Mann, der kann nur noch humpeln, der braucht eine Bandage zuerst. Wer braucht eine Bandage? Ich brauche eine Bandage. 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 Das ist so langsteil, leider. Wir brauchen da hinten humpelt einer, den können wir nicht zurücklassen. Der braucht die Bandage zuerst. Na gut, jetzt helft doch mal. Ja, ich sehe es, aber ein bisschen her. Da findest du nicht raus. Er hat eingeschränkt, lass mich einfach nicht mehr. Und das brauche ich nicht mehr. Pro Axis geht ihrs Boot untersuchen und bringt's geher für was hier. Braucht was. No 2, 3, 28, man hat gesagt, keiner rutscht da hinten. Wir sind uns alle dran, oder? Ja, aber ich bräuchte es immer noch mit dem DAS. Riedox, sag doch was. Es ist jetzt wie folgt, zwei Untersuchungen des Bodens, bringen sie her und wir sind hier, weil hier eine Freifläche ist. Wir können da nicht stehen bleiben. Danke. Zwei. Ich wüsste, wo noch ein Kehle stehen könnte. Und da war auch noch ein Hafen. Leuchten? Mit dem Boot kommen wir ja den Autos an. Leute, sind hinten die Leuchten? Ja, die haben die geschossen. Jetzt muss ich erst mal Treibstoff haben. Sind wir beim Boot? Ja, ich denke mal. Ja, das sind zwei Jungs, die das von uns untersuchen. Naxus und alleine. Check. Hit und Zombie griechen! Ja, denn jetzt ganz diszipliniert. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Die Sicherung aufrechthalten, Jungs. Wir brauchen nicht Sex, weil sie... Riedox. Ja? Welchen Sinn hat das, was du da machen? Ne, ich schieße den Zombie in den Kopf. Du stehst in zweiter Reihe. Du stehst in zweiter Reihe. Sicher, sicher. Bitte was? In weiß... Ah! In zweiter Reihe brauchst du nicht auf den Einzelnen schießen. Ich bin in meinem Zweier, aber... Na, ganz toll, wir passen da rein. Ne, ne, da passen wir da rein. Ne, ne, da passen wir da rein. Kann man denn mit dem Boot vielleicht zum anderen haben? Dann bleiben wir hier und ihr holt das zweite her. Das wäre eine gute Idee. Doch. Ja, das ist eine super Idee. Und noch mehr. Ja, genau. Wir bleiben hier. Jetzt gehen maximal viele Leute rein und die Leute werden alle auf andere Boote verteilt. Erst nachdenken. Wisst ihr, wie man zurückkommt? Ja. So. Genau. Noch einer rein. So, und jetzt geht ihr drei Boote suchen, die ihr alle hierher bringt. Alles klar. Wir halten hier durch, ne? Ja. Habt ihr noch Munition? 556er oder sowas? Noch mal mehrere Zombies. Oh shit! Augen Richtung Wald! Sieben. Sieben. Letzter ist nur noch durch. Verliebte nach. Verliebte nach. Verliebte nach. Okay. Ganz rechts ist einer am Wasser. Ganz rechts am Wasser. Aufpassen. Au. Ich packe mal meine Magazine um. Okay, lass dich aufs Wasser. Eigentlich, die können schwimmen. Im Notfall können wir einfach ins Wasser reinfliegen. Ja, die können... Nee, guck dir die Brühe mal an. Brühen? Sollts gefressen zu werden. Das ist halt nur wegen der Masse. Haben wir noch Flairs? Weil's das Boot zurückpunktet und wir... Nee, nee, nee. Mit dem Wasser stimmt irgendwas nicht. Wie war die Folge? Haben wir noch Flairs? Weil's wir verlegen müssen. Das Boot zurück. Vielleicht geht die Batterie alle. Okay, ich bin auf zweieinhalb Max. Ich bin auf dreieinhalb. Was hast du denn für eine Waffe? Fünf, fünf, sechs. Ich hab mir oben die AK genommen. Ja, ich konnte nicht mehr tragen. Ich hab recht viel gebraucht. Zombie! Wo? Zombie hinten. Und die Leute. Ja. Nix von dir hinter dir. Jetzt hier nix. Da liegen wir. Und ganz rechts. Vorne ein Zombie. Oh, ja. Links kommt. Lang rankommen lassen, ja? Nicht... Ich bin da wie vorhin. Ich geh, was sind für hier weg. Geuch und ich, sichern Richtung zu. Unsere Jungs werden die Boote für uns hören. Ich hoffe mal. Aber auch für die C-Sat Jungs, oder? Ey, ernsthaft? Die wollen echt über diesen Wrackwasser anbauen. Hier ist das Panzer immer noch Suspekt. Man hat's kein Ehrenblatt. Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, dann haben wir das. Die Sache ist, die kommt noch eher an der Küste zurück. Wir könnten noch die Küste nach unten abgehen. Was schießt denn da vorne? Ja, auf den Zombie-Massler. Er trifft nix. Ja, Kopfschmerzen, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Das stimmt. Oh, ganz rechts ist auch einer. In deiner Richtung kommen sie. Ganz ruhig. Zu Stück Zombies. Wenn ihr euch ganz sicher seid, dann schießt. Reicht Stück, lass sie kommen. Die rennen wahrscheinlich erst mal wieder ins Wasser. Können wir jetzt... Kommen durch den Weiß. Osten ist vorne, Süden ist rechts. Da kommt einer aus und rechts. Da kommt einer aus und rechts. Ist noch einer kommen. Einer am Wasser. Ihr alle mit eurem Klein-Kaliber. Master J? Wie wärs, wenn wir zu den Helis gehen? Äh, nein. Lakua regelt. Das wollen wir jetzt hier. Wir warten, wir bis die anderen mit Meerbooten kommen. Gut gemacht. Dann werden wir bis dahin wahrscheinlich alle brand sein. Du, wenn wir jetzt zu dritt Richtung Helikopter laufen, ist die Chance geringer. Ne, mit der ganzen Gruppe. Nein, das ist doch abgesprochen, dass die hier wieder kommen. Oh, da kommen noch mehr. Wir sollten hier weg, Leute. Da kommt Boote, da kommt Boote! Düden! Boah, geil! Wie viel? Da passen nicht alle rein. Ja, ja, ja. Die Hände sind hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Links von euch. Mach die Wasser. Oh, die Scheiße. Geile Scheiße. Alles klar, können wir einsteigen oder holt ihr noch mehr? Sieben Leute, wir sind zu neun. Alles klar, dann mit dem hinteren Boot gehts. Dann rein. Wie viel ist es passiert? Zu neun, es passen alle rein, es passen alle rein. Ja, aber das sind ja zwei Boote. Das sind noch zwei Boote. Ich sitze. Vollmaster, Jay. Ich würde straight west. Einfach voll west. Vollmaster. Ich gehe, die wollen weiter. Die wollen weiter. Wir sind jetzt genau auf hier, es passt. Auf und die Einfluss. Nein! 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 Noch nicht. Noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020